Erstgespräch ganz schön verunsichert, also, dass ich die Hoffnung aufgeben soll, meine Schmerzen ganz loszuwerden. Das hat mich schon echt, da war ich echt ein bisschen baff. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass es sich erstmal sehr befremdlich für sie anfühlt, dass sie das, wogegen sie schon so lange gegen ankämpfen und wo sie so sehr darunter leiden, dass sie das jetzt annehmen und akzeptieren sollen, ne? Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Mhm. Also, wie das konkret vonstatten gehen soll. Mhm. Das heißt, sie wissen gar nicht, wie das aussehen soll quasi, wie sie das annehmen sollen. Da fühlen sie sich so ein bisschen hilflos auch? Könnte man so ausdrücken, ja. 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 Frau Lüttje, ich würde den Gedanken trotzdem ja nochmal aufgreifen, wenn das für sie in Ordnung ist. Okay. Wären Sie bereit, ein kleines Experiment mit mir zu machen dazu? Okay. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja der Schmerz das, worunter sie so sehr leiden auch, ne? Wo sie schon viele Versuche gemacht haben, den Schmerz loszuwerden. Und irgendwie haben alle Versuche, alles, was sie gemacht haben, dagegen anzukämpfen, das hat nicht so richtig geholfen im Endeffekt. Habe ich das richtig verstanden? Das könnte man so zusammenfassen, ja. Mhm. Ja, das war auch sehr anstrengend für Sie, ne? Mega anstrengend. Ja. Mit den Kräften am Ende. Mhm. Ich würde Sie bitten, dass Sie einmal Schmerz auf diese Karte schreiben. Ruhig so groß, dass es den ganzen Raum einnimmt. Okay. So richtig? Mhm. Nehmen Sie mal bitte diesen Schmerz in Ihre Hände. Schauen Sie sich Ihnen den Schmerz mal an. Das ist der Schmerz, gegen den Sie so lange schon ankämpfen, der Sie fest im Griff hat. Wie fühlt sich das an? Nicht gut. Mhm. So irgendwie ein bisschen bedrückend. Mhm. Und dann zerknülen Sie mal den Schmerz. Mit beiden Händen. Richtig doll. Machen Sie mal richtig. Zerküllen Sie mal. Ordentlich. Und mehr. Und doller. Noch mehr. Noch kleiner. Noch weiter. Sie wollen den nicht. Noch kleiner. Mehr. Das tut weh. Ja, machen Sie weiter. Und noch kleiner. Sie wollen den nicht. Weg mit dem Schmerz. Noch mehr. Wie ist das? Ziemlich schmerzhaft, ehrlich gesagt. Genau. Machen Sie mal weiter. Noch doller. Noch kleiner. Das. Wollen Sie nicht weg. Wegschmerz. Geh weg. Mit aller Kraft, die Sie haben. Also das ist ganz schön anstrengend. Ja. Bleiben Sie dabei. Machen Sie weiter. Und fühlen Sie mal, wie sich das anfühlt. Anstrengend ist das. Und weiter. Noch ein bisschen kleiner. Und Sie machen weiter. Immer weitermachen. Das machen Sie jetzt nicht nur kurz. Sondern das machen Sie seit Wochen. Sie machen weiter. Weiter. Seit Tagen. Monaten. Seit Jahren. Und hier ist das. Weiter drücken. Mir tut das heute echt in den Händen auch weh. Okay. Okay. Dann hören Sie auf. Legen Sie mal Ihren Schmerz auf Ihre Hände. Soll ich Ihnen auseinanderknüllen? Das brauchen Sie noch gar nicht. Aber auch. Bis zum nächsten Mal.